Hallo, könnt ihr mich hören? Ist dieses Ding überhaupt an? Egal. Wer auch immer da gerade lauscht, bitte hört mir einmal genau zu. Abnormal ist kein normales Spiel, sondern ein sogenanntes Survival Pen on Paper. Das heißt, es geht nicht darum, irgendeine epische Quester zu verfolgen oder eine Mission zu erfüllen. Nein, Abnormal ist ein ganz anderes Kaliber, das sage ich euch. In Abnormal geht es nämlich einfach nur um das Überleben, denn da draußen wird die Hölle los sein. Die ach so schöne und heile Welt, in der ihr euch so schön wohl fühlt, geht in jedem Abnormal-Szenario zugrunde. Wie das? Ja, ganz einfach. Schon mal was von Zombie-Apokalypsen gehört? Oder Alien-Inversion? Oder diesen übertrieben Taten-Könt-Das-Rufen-Filmen im Kino? Oder die unmenschlichen Spiele, die Teenager heutzutage vor dem Computer spielen? Glaubt mir, ich bin sehr froh, wenn das alles nur geflunkelt wäre. Was auch immer mir gefallen Abnormal-Szenario spielt, stellt euch auf eine Menge Ärger ein, denn das wird kein Zucker schlecken. Das versichere ich euch. Ich meine, nicht nur die Dinge da draußen können deinen Überlebenden töten. Wenn es doch nur wirklich so einfach wäre. Jede einzelne Stunde innerhalb des Spiels werden Hunger, Durst und Müdigkeit deinen Überlebenden an die Grenzen bringen. Und lass mich gar nicht erst mit der Panik anfangen. Aber ihr könnt uns helfen. Das Basis-Regelwerk ist zwar umsonst, aber schaut doch mal bitte unterhalb dieser Aufzeichnung. Da müsste es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, uns zu unterstützen. Jede kleinste Hilfe stellt sicher, dass Projekt Abnormal sich weiterentwickeln kann. Und das heißt, weitere Regelwerke, neue Szenarien und neue Spielmechaniken. Leider bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Aber schaut am besten mal auf der offiziellen Webseite von Abnormal um. Da werdet ihr alle nötigen Informationen finden, die ihr braucht. Den Link dazu werdet ihr wahrscheinlich auch unterhalb dieser Aufnahme finden. Ich würde zwar gerne noch plaudern, aber ich muss los. Willkommen bei Abnormal würde ich sagen. Mal sehen, ob ihr das Ende der Welt auch überleben könnt.